Hallo, guten Tag, mein Name ist Pavel Dillinger und ich arbeite für die Deutsche Telekom. Ich bin hier irgendwo in Norditalien und hier in einem kleinen Areal, hier kann man so eine Kneipp-Wanderung machen, also nicht Kneipp-Penn-Wanderung, sondern Kneipp-Kneipp-Touren und hier steht ein Lehmbäcken und ich sage nur eins, die Lehmschicht bröckelt und die haben ein paar Brocken hierhergebracht und ich werde das mal ausprobieren. Lehm um die Füße ist wie eine Packung, wirkt entzündungshemmend, zieht Gift-Shop heraus. Aus der heutigen Zeit wissen wir, Lehmschichten sind nicht immer hilfreich für die Kommunikation im Unternehmen, aber ich werde das hier gleich mal ein bisschen planschen und mal gucken, wie es hilft. Bis dahin, tschüss! Untertitelung des ZDF für funk, 2017